Achso, stimmt, das muss ja zum Dings bringen, zur Kneipe bringen, den roten Schädel. Zur Kneipe? Zur Kneipen. Zur Wirtschaft! Zur Taverne. Früher hieß die Taverne. Genau. Nein, diese Taverne heißt The Captain's Head. Ja, ja, aber das ist eine Taverne. Vom Namen her. So. Ah, jetzt hab ich auch mal endlich den Vollhandelsfeuers 1. Was haben wir denn noch hier rumliegen? Ah, da ist noch was im Wasser. Lauter Asche drum. Der ist nämlich gleich mit. Jetzt können wir langsam wieder auf eine Million. Äh, wir brauchen noch 100.000. Das klang nichts mehr gekauft. Äh, gekauft. Also wenn wir jetzt noch 10.000 machen. Ne, 20.000, dann hab ich das. Hab ich die. Hier sind alle zu. War das alles? Ja. Ja. Der hat mich auf dem Schiff nicht gesehen. Mhm. Schwäfe Schatulle kommt bei dem Goldsammler, ne? Äh, ja. Hast du sie immer noch laut dabei wären? Ja, ja, klar. Jetzt will der kurz, dass ich mir noch die Palme bringe. Ja, wahrscheinlich. So. Das ist aber jetzt abgegeben. Haben wir noch irgendwas? Wir hatten sozusagen ein Mädchen für alles an Bord, ne? Ja, ist schon gut. Style. Passt schon. Okay. Okay. Ich meine halt, wenn jemand das nicht möchte, dann soll er das sagen. Dann höre ich halt auch einfach auf. Nein, tust du eben nicht. Genau. Das tust du halt nicht. Weil wir haben dir vor über einer Stunde schon gesagt, dass du einen Bubble halten sollst. Und du hast den Mund gehalten, ist ja okay. Für fünf Minuten. Nicht mal. Man merkt ja, dass du nur jung bist. Ja. Oh, ne. Mir fehlen genau fünf Dublonen, bis ich 300.000 habe. Wer schiebt denn hier? Ja, seine ADS-Finger zucken schon wieder. Manni, komm. Zum Abschluss das Schiff anzünden mit allen Brandbomben. Mal gucken, ob da irgendwie noch was vergessen wurde oder so. Zum Abschluss erst einmal nochmal ein Style in das Gefängnis sperren. Nein. Alle mal stimmen, alle mal stimmen für ihn. Ja, ja. Was haben wir da? Ja, es ist schon im Gefängnis. Es haben zwei Stimmen gereicht. Ja, genau. Bei mir wird da nicht mal mehr aufgelöst. Ich hatte ja schon vorher gesagt, er soll ins Gefängnis. Ach so. Aber wir haben doch noch was vergessen. Die Schießpulverfässer oben auf. Wo ist er denn? Äh, der kann doch gar nicht. Die haben doch mit einer Slypa draufgeschossen. Echt? Ach so, ja. Ach so, stimmt. Umgeknackt. Stimmt, 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 stimmt. Vergessen. So, Style ist rausgegangen, oder? Ja, er ist rausgegangen, bevor wir ihn nass packen konnten. So ein kleiner Feigling ist er. Ja, voll. Voll feige. Stehe zu deinen Taten. Ist so. Jetzt brennt's. Hallo, bin wieder da. Und wir sind gleich angezündet. Stimmt's mal für's Einsperren. Ja, ihr Arschreik, Alter. Ah, da ist er ja. Wenn ich jetzt hier drin bin und dir das Schiff einfach versenkt, dann bleib ich hier drin. Jupp. Ja, das ist klar. Ja. Okay, komm, bau mal das Schnucki hier rein. Das klingt schon wieder richtig falsch, Alter. Was er vorhat. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Nein, Hilfe. 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 Ey. Nö, kein Bock drauf. Vielleicht hält er dann endlich mal die Bubble. Nee. Captain, ich hörte ja langsam mal vom Schiff kommen, ne? Ich muss doch zuschauen. Warte, 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 warte. Ich hab noch ein paar Brandbomben. Ich will auch zuschauen. Ich will ihn noch ein paar Mal abfackeln. Aber nee, aber nee, lieber nicht. Sonst stirbt er ja noch, bevor er runter geht. Das wäre auch kontraproduktiv. Was wollte ich jetzt? Ich wollte noch Dings holen. Nee, musst du nicht. Nicht auf ihn. Er darf nicht sterben, er muss runtergehen. Ja, stimmt. Dann drück mal Schiff versenken. Drück mal Schiff versenken. Nee, nee, erst einmal schön abfackeln. Nein, Leute, ich kann nicht mehr von der Seite. Drück mal Schiff versenken. Ich hab keine Brandanat mehr. Meine Crew, Schiff versenken. Ja, eine Stimme noch. Na, jetzt mach ich's nicht. Jetzt mach ich's nicht. Jetzt ist es nicht. Jetzt schau ich dir lieber zu, wie du ertrinkst. Das siehst du doch dann, wenn es ein Schiff versenkt. Im Fall, da steht es nicht. Das nutzt dir nix. Ah, hat noch jemand ne Brandbombe für den letzten Mast? Der brennt noch nicht. Ja, ich weiß. Da fehlen noch ein paar Brandbomben oben. Ein paar mehr Löcher bräuchte man. Dann versenkt doch einfach das Schiff. Dann geht da ja auch mit unter. Aber jetzt ist, jetzt hat, jetzt, jetzt hat wir da ertrinken. Jetzt hat er, jetzt hat er plär da schon. Uh, uh. Ja, ich blieb so, wie ich weg bin. Passt. Ja. Ja, genau. Versenkt das Schiff. Ich will das doch bestecken. Jetzt warte doch nicht, bis er stirbt. Du musst gegen anessen. Ja, jetzt, jetzt, jetzt bin ich, ja, nein. Das ist ja, es ist gemein. Okay, dann, vielen Dank, dass ich mich spielen durfte. Und dann mit der Schnauze nach unten. Jetzt ertrinkt er. Hier ist voll Gas nach vorne. Echt? Ciao, Leute. Danke, dass ich mich spielen. Tschüss. Okay, ciao. Und dann, da. Tschüss. Tschüss.